König Rauru, aus der Gerudo-Wüste wird berichtet, dass nun auch die letzte Ortschaft in der Hand des Feindes ist. Unsere Truppen vermögen, die Armee des Bösen nicht mehr aufzuhalten. Ich verstehe. Dann werde ich mich selbst dem Dämonenkönig stellen. Rauru, er ist viel zu stark. Du allein hast nicht die Macht, ihn jetzt noch zu bezwingen. Aber zum Glück bist du ja nicht allein. Die Oberhäupter dieser vier Völker stehen dir bar und Zelda obendrein. Und vergiss nicht, auch ich bin an deiner Seite. Dann lasst mich euch etwas zeigen. Die Schütze der Solau. Mysteriensteine. Bitte steht mir bei und leit mir eure Kraft. Musik 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 Das war's für heute. Der Loben, Hermes, dem König des Lichts zu dienen und den Dämonenkönig zu bezwingen.